So, da la Bastelzeit und schauen wir heute mal auf etwas, was gerade so ein bisschen akut ist, nämlich Onlinezusammenarbeit und so. Könnte eventuell gerade interessant sein. Ich schätze die meisten von euch sitzen hoffentlich auch zu Hause und machen Heimarbeit oder halten sich anderweitig von Menschen fern. Systeme für Onlinezusammenarbeit gibt es viele, gerade die großen Anbieter sind in den letzten Tagen teilweise noch an ihre Kapazitätsgrenzen gekommen. Mal davon abgesehen, dass es halt so sicherheitstechnisch auch fragwürdig ist, alles über Drittanbieter zu fahren, die eventuell da alles mitlesen. Also bauen wir uns mal auf die Schnelle da ein eigenes System und zwar mit Nextcloud. Ich hatte vor langer, langer Zeit schon mal Owncloud gezeigt. Nextcloud hat sich davon abgespaltet, ist also derselbe Grundstock, aber anderes Projekt. Grundprinzip ist aber noch gleich. Mit Nextcloud könnt ihr euch ein System aufsetzen, wo man Dateien austauschen kann, auch Kalenderkontakte und inzwischen auch sowas wie Videokonferenzen und ähnliches. Und das klingt doch schon mal interessant und gut. Also besorgen wir uns mal ein Nextcloud. Was ihr dafür haben wollt, ist irgendeine Art von Webserver. Das kann beispielsweise irgendein Linux-Server bei euch zu Hause sein, im Zweifelsfall auch ein Raspberry Pi. Beachtet aber, wenn ihr zuhause oder in der Firma oder sowas hostet, dass ihr eventuell da etwas Bandbreite braucht. Und Bandbreite ist ja leider etwas, was in Deutschland etwas Mangelware ist. Also im Zweifelsfall nochmal checken, ob das für eure Anforderungen reicht oder ob es nötig ist, dann im Rechenzentrum einen Server zu mieten. Ist zwar nicht ideal, aber wenn man da die Platten entsprechend verschlüsselt, die Verbindungen verschlüsselt, dann ist es zumindest mal etwas abhörsicherer, als da einfach auf irgendwelche Public-Dienste zurückzugreifen. Ich habe mir schon mal einen entsprechenden Server geklickt. Der ist, wie wir hier sehen, auch schon mit einem SSL-Zertifikat. Das geht zum Beispiel per Let's Encrypt relativ einfach. Wenn ihr da Hilfe braucht, einfach mal gucken. Ich glaube, da habe ich auch schon mal was zu gemacht. Ganz normaler Web-Server mit PHP und MySQL bzw. MariaDB dahinter. Und da soll jetzt Nextcloud drauf. Also Download Server. Und dann kriegen wir hier eine ZIP-Datei der aktuellen Version. Bei der Aufnahme hier ist das die 18.02. Und wenn wir da reinschauen, da haben wir jede Menge Verzeichnisse und Dateien. Die müssen wir jetzt irgendwie auf den Web-Server hochladen. Ich mache das jetzt hier lokal, weil ich auf dem Server eine Textkonsole habe. Geht aber auch, wenn ihr irgendwie einen anderen Zugang habt, zum Beispiel SFTP oder sowas. Das heißt also auch bei Shared Hosting müsste das zumindest davon ausgehen, dass die Module da sind, wahrscheinlich noch funktionieren. Soweit so gut. Machen wir einmal Refresh hier. Und wie wir sehen, wir sollen hier also ein Admin-Konto anlegen. Tun wir das doch mal. Benutzername. Bernd. Passwort. Das Brot. Naja, passables Passwort. Passt schon. Dann fragt er, wo das Datenverzeichnis ist. Er macht es jetzt hier einfach ins Unterverzeichnis. Data. Wichtig, das muss für den Web-Server schreibbar sein. Bei einigen Anbietern muss man da also mit CH-Mod oder Rechtsklick-Eigenschaften die Schreibrechte noch für den Web-Server setzen. Müsst ihr dann gucken, ist je nach Anbieter unterschiedlich. In meinem Fall gehören die Dateien einfach dem Web-Server-User. Da passt das. Last but not least, Datenbank Benutzer, Passwort, Name und LogLost ist schon eingetragen. Da kommt es dann wieder drauf an. Ihr könnt auf der Konsole zum Beispiel eine neue Datenbank anlegen. Ihr könnt mit phpMyAdmin eine neue Datenbank anlegen oder je nachdem, wenn ihr ein Shared Hosting habt, gibt es da auch eigene Sachen von den jeweiligen Anbietern. Ich lege jetzt hier gerade einmal etwas an mit phpMyAdmin, erstelle eine passende Datenbank mit Rechten und die können wir dann dafür nutzen. Gut aus. Dann gehen wir hier Datenbank Benutzer. Nextcloud hatte ich den genannt. Das Passwort und der Name Nextcloud ist der Name der Datenbank. LogLost passt. Als letztes fragt er uns hier noch, ob empfohlene Apps installiert werden sollen. Das betrifft Kalender, Kontakte, Talk, Mail und OnlyOffice. Alle davon werden wir wahrscheinlich nicht brauchen, aber Talk ist zum Beispiel die Videokonferenz. Kalender kann durchaus Sinn machen. OnlyOffice, mal gucken. Ich lasse deswegen mal drin. So, Installation abschließen. Das kann jetzt je nach Geschwindigkeit eures Servers etwas dauern. Nextcloud ist nicht unbedingt ein leichtgewichtiges System, aber in den meisten Fällen sind die Sachen, die lange dauern, eher bei Wartungen oder wenn man wirklich größere Aktionen macht. So im alltäglichen Gebrauch hält sie es meistens noch etwas in Grenzen. Nach der Installation kommt automatisch eine kleine Einführung. Hier kann man wegklicken, kann man durchklicken, je nachdem was für euch interessant ist. Da wird nochmal grob erklärt, was Nextcloud ist, wo man die Apps findet für Windows, für Linux, für macOS, sowie Android und iPhone bzw. auch iPad natürlich. Und über diese Apps kann man Dateien synchronisieren. Außerdem ist es auch möglich Kalender und Kontakte zu synchronisieren, wer sowas benötigt. Genug, starten wir mit Nextcloud und hier so sieht das Ganze erstmal aus. Wir sind aktuell im Dateireiter, der ist hier oben und hier können wir die aktuellen Dateien sehen, die wir gespeichert haben mit unserem Benutzer. Wir haben ja im Moment uns als Administrator bzw. wir haben uns ja Bernd genannt, angemeldet. Das sind einfach ein paar Demo-Dateien, Readme, Anleitungen, ein paar Demo-Fotos. Wenn wir das nicht brauchen, können wir sie einfach hier markieren und dann auch natürlich löschen und später dann unsere eigenen Dateien hier reinsetzen. So, Dateien sind eine Sache. Wir interessieren uns aber ja eher darauf, wie wir remote zusammenarbeiten können. Das heißt, erstmal, wir sollten uns um Apps kümmern. Wir haben ja eben schon gesehen, Talk ist eigentlich zuständig für die Videokonferenzen und so. Die sehe ich jetzt noch nicht. Also, gucken wir mal hier in der App-Liste und sagen aktivieren, sodass wir auch diese Funktion zur Verfügung haben. Okay, das sieht besser aus. Hier oben haben wir jetzt ein zusätzliches Symbol. Und was wir noch tun sollten, ist eventuell Benutzer anlegen, denn alleine telefonieren macht eventuell keinen Sinn. Vielleicht habt ihr noch mehr Mitarbeiter. Man kann auch Gäste einladen, also nicht jeder, der teilnehmen soll, benötigt hier direkt einen Zugang. Aber wenn ihr Leute habt, die auch selber Sachen machen sollen, dann könnt ihr hier über dieses Benutzer-Interface neue anlegen. Standardmäßig sind das dann normale Benutzer. Ihr könnt denen auch hier ein Kontingent irgendwie darf nur x Gigabyte verwenden, alle zuweisen. Oder ihr könnt sagen, okay, der ist auch admin, sodass er auch Benutzer anlegen darf und ähnliches. So, wie arbeiten wir jetzt also zusammen? Nun, das erste, was wir machen können, das ist Dateien teilen. Ich lad mal gerade einfach ein bisschen was hoch. So, das geht hier oben dann über Datei hochladen oder neue Ordner. Wie schon gesagt, es gibt neben dem Web-Interface auch noch einen Client. Dann sieht es einfach so aus, dass ihr einen Ordner auf der Festplatte habt, der automatisch hiermit synchronisiert wird. Das heißt, wenn ihr da etwas reinschiebt oder Ordner anlegt, tauchen die auch kurz danach hier auf. Was wir jetzt hier machen können, das ist natürlich die Ordner uns anschauen. Wir können reingehen, können die Dateien anschauen, natürlich auch jederzeit hier wieder löschen, wenn wir das haben wollen. Was aber wichtiger ist, wir können jetzt einzelne Dateien oder auch ganze Ordner mit anderen teilen. Dazu geht man hinten dann auf dieses Symbol für einzelne Dateien oder hier oben um den ganzen Ordner zu teilen. Und so können wir dann zum Beispiel sagen, hier den Ordner 1, den möchten wir teilen mit, sagen wir mal mit Anon. Das ist ein Benutzer, den hatte ich eben noch angelegt, hier direkt in meinem Nextcloud. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann kann der auch hier drauf zugreifen. Wir können jederzeit bei den Sachen hier dann auch noch auf die Punkte gehen und können sagen, okay, der darf auch bearbeiten. Das heißt, Anon dürfte jetzt, wenn er angemeldet ist, hier in diesen Ordner auch Dateien reinlegen, dürfte die hier löschen und natürlich die bestehenden Dateien auch runterladen. Das können wir hier weiter einschränken. Wir können sagen, okay, er darf zwar Sachen erstellen, aber er darf nichts löschen und er darf es auch nicht an andere weiterleiten. Wir können noch ein Ablaufdatum setzen, dass der Zugriff automatisch nach einem gewissen Datum abläuft. Kann auch manchmal sinnvoll sein, aber lassen wir das mal so. Er darf bearbeiten, er darf erstellen, aber nichts löschen. Und ja, nur bis zum 12.3. Wobei, naja, das ist eventuell etwas knapp. Aber bis zum 1. April. Bis dahin ist die Krise sicher schon rum. Naja, mein Sarkasmus war auch schon mal realistischer. So, Ordner 1 geteilt. Machen wir Ordner 2 noch. Und den möchte ich mit jemand anderen teilen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Wir können entweder das Ganze über einen Link teilen. Dann wird einfach eine URL generiert. Die könnt ihr dann zum Beispiel weiterschicken. Per E-Mail, per Kurznachrichtendienst. Was auch immer. Dazu geht man hier auf den Plus. Dauert einen kleinen Moment. Link kopiert. Und wenn wir jetzt in die Zwischenablage gucken, nochmal hier einen neuen Tab, da haben wir diesen schönen Link hier. Und über den kann man auf den Ordner zugreifen. Auch hier kann man einstellen, ist er schreibgeschützt. Darf er hochladen und bearbeiten. Darf er nur hochladen. Wir können auch ein Passwort nochmal zusätzlich draufsetzen. Das ist bei hier solchen Links meistens eine gute Idee. Und der Rest ist ähnlich. Ablaufdatum setzen oder die Freigabe wieder aufheben, wenn wir das nicht mehr wollen. Wir können auch mehrere Links machen, wenn wir zum Beispiel einen haben wollen, wo schreibgeschützt ist. Einen, der auch bearbeiten darf. Und so ein bisschen da das Ganze trennen. Eine Alternative dazu ist es hier oben eine E-Mail-Adresse einzugeben. Wenn ich hier zum Beispiel hingehe und tippe bla.example.com, dann kommt hier dieser Eintrag, bla.example.com mit so einem Briefsymbol dahinter. Und wenn ich das jetzt anklicke, dann würde Nextcloud an diese Person hier eine E-Mail schicken, wo drin steht, Okay, pass mal auf, hier hast du einen Link bekommen. Damit kannst du zugreifen. Und ja, im Prinzip ist es dasselbe wie Link teilen. Hat aber einen wichtigen Vorteil. Und zwar, die Leute, die wir hier per E-Mail hinzufügen, die stehen einzeln hier drin. Und das ermöglicht es dann auch später, den Leuten einzeln den Zugriff wieder wegzunehmen. Wenn wir einen Link haben und den an zehn Leute schicken, ja, wenn einer davon nicht mehr lesen soll, dann können wir nur den Link sperren. Dann sind aber alle zehn draußen. Wenn sie einzeln hier drin stehen, können wir natürlich sagen, der hier darf nicht mehr. Und der Rest kann fleißig weitermachen. Zu jedem Ordner und jeder Datei gibt es dann auch noch ein paar andere Sachen hier. Wir können die Aktivität gucken, wer hat es wann erstellt, wo wurde was geteilt. Wir können Kommentare da hinschreiben. Das ist so eine kleine Art Chat zu einem Ordner oder zu einer Datei. Okay. Je nachdem, wie eure Nextcloud-Instanz konfiguriert ist, könnt ihr auch, wenn eine Datei geändert wurde, jederzeit noch auf ältere Dateien zurückgreifen. Das heißt also, wenn jemand eine Datei ändert, könnt ihr eventuell auch das nochmal rückgängig machen. Das ist aber dann eine erweiterte Konfigurationssache. Wollen wir uns jetzt nicht weiter angucken. Was noch interessant sein kann, wir sind hier links die ganze Zeit auf alle Dateien gewesen. Wir können uns auch nur anzeigen lassen, was freigegeben ist. Da sehen wir, Ordner 1 ist freigegeben an Anon und Ordner 2 wurde über einen Link geteilt. Und so haben wir direkt eine Übersicht, was habe ich denn an Dritte verteilt. Und entsprechend können wir dann jederzeit hier draufklicken, kommt man direkt an die richtige Stelle und können dann eventuell hier etwas entfernen oder bearbeiten. Das kann eventuell auch helfen, da etwas Ordnung reinzubringen. Das Ganze macht das schon mal deutlich besser, als jetzt per E-Mail Zeug durch die Gegend zu schicken. Einfach weil alle auf dem selben Datenbestand sind und da sich nicht tausend unterschiedliche Versionen einer Datei hin und her machen. Das ist da schon mal etwas übersichtlicher. Wenn ihr das System hier im Übrigen nicht nur benutzen wollt, um ein paar Dateien hin und her zu tauschen, sondern um wirklich damit größer zu arbeiten, dann empfehle ich euch hier noch in dieser Übersicht OnlyOffice zu aktivieren. Das benötigt relativ viele Ressourcen, funktioniert definitiv nicht auf Shared Hosting oder auf einem Raspberry Pi. Wenn ihr aber einen eigenen Server habt, ich verlinke euch unten ein Video vom Kollegen Apfelcast. Der hat da erklärt, wie man das aktiviert und wenn ihr das tut, dann können wir hier jetzt auch Dokumente, Tabellen, Präsentationen direkt erstellen. Oder wenn wir schon irgendein Dokument haben, das hier anklicken und dann öffnet sich hier OnlyOffice im Browser. Das ist quasi sowas wie ein Online-Office-Paket, wo wir dann die Dateien direkt hier bearbeiten können. Und das funktioniert auch zum Teil Multiplayer. Ich habe das Ganze jetzt mal als Link geteilt. Hier in einem neuen Fenster das nochmal geöffnet. Sagen wir mal hier in OnlyOffice öffnen. Und wenn ich jetzt hier tippe, dann sieht man kurz darauf, kommt das entsprechend auch auf der anderen Seite an. Also das geht und auch wir können hier noch dazwischen tippen. Und so kann man dann hier Multiplayer spielen. Über den Reiter Zusammenarbeit kann man dann hier auch noch sagen, okay, wir möchten das jetzt dann doch mal nachverfolgen. Es gibt einen Chat, wenn man da an Dokumenten arbeitet. Da kann man fragen, was der Kollege denn da gerade überhaupt vorhat. Und ja, so kann man dann ein bisschen da miteinander arbeiten. So, Dateien hin und her haben wir. E-Mail solltet ihr wahrscheinlich auch schon haben. Fehlt noch eins. Naja, wenn ich schon nicht im Büro sein kann, um die Kollegen auszupeitschen, dann wenigstens anschreien. Dafür gibt es dann Nextcloud Talk. Da können wir drauf gehen und können jetzt hier eine Unterhaltung starten. Wir können entweder hier oben nach Leuten suchen. Wenn wir zum Beispiel mit Anon etwas starten wollen, geht das hier so. Wir können aber auch einfach sagen, okay, neue Gruppenunterhaltung. Dann Gäste erlauben. Passwort eventuell drauf. Geheim. Und Name der Unterhaltung. Geheimes Meeting. So, Teilnehmer hinzufügen. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel Anon einladen, weil die auf dem selben Server ist. Aber von meinen Leuten brauche ich keine. Deswegen erstelle Unterhaltung. Dauert einen kleinen Moment. Und wir kriegen jetzt hier einen Link, den können wir kopieren und an andere Leute weiterleiten. Der Standardmodus hier, das ist der hier. Wir haben jetzt hier ein Chat. Da können wir mit den anderen Leuten reden. Wir können auch Dateien, die wir zuvor hochgeladen haben, hier teilen. Wenn wir jetzt also irgendwie, was weiß ich, das Dokument von eben teilen wollen, geht auch das. Dann taucht das entsprechend auch hier auf. Aber wir wollten ja anschreien. Also machen wir einmal Anruf starten. Und Sekunde, ich muss mir mal gerade eine Hose suchen. Wir werden dann gefragt, darf das Mikrofon und die Kamera verwendet werden? Ja, darf. Und wir sehen jetzt schon, niemand anders ist in diesem Anruf drin. Den Chat haben wir weiterhin hier an der Seite. Also der geht nicht flöten. Und ich mache das mal hier gleichzeitig auf meinem Handy auf. Hier werden wir jetzt gefragt, was für ein Passwort. Ich würde es euch ja gerne sagen, aber es ist geheim. So, weiter. Und jetzt sind wir auch beim Handy hier entsprechend drin. Und wir sehen jetzt hier, ist ein bisschen schlecht skaliert. Da haben wir unseren Chat. Und hier oben können wir auch dem Anruf beitreten. Machen wir das mal. Darf der die Kamera verwenden? Ja, ausnahmsweise. Okay, Zugriff auf Kamera und Mikrofon verweigert. Ich glaube, der hat gerade Probleme, weil ich gleichzeitig Screen Capture mache. Aber wir sehen, wir sind jetzt beide hier im Anruf. Und das kann dann zum Beispiel hier so aussehen. Das Bild, was ihr jetzt hier in der Mitte seht, was sich bewegt und etwas asynchron ist, wie ihr eventuell sehen könnt. Das ist mein Handy. Also das Ganze läuft jetzt schon über den Server. Und ja, was man hier noch machen muss, was man ein bisschen beachten muss, hier unten ist standardmäßig Mikrofon und Kamera aus. Die muss man einmal einschalten. Wenn wir die Kamera vom Laptop aufmachen, dann sehen wir auch, die funktioniert hier unten. Und ja, wenn man die beide eingeschaltet hat, kann man so dann miteinander reden. Natürlich nicht nur zwei Teilnehmer. Das können auch durchaus mehr Teilnehmer sein. Hier dran gewöhnen, ans Handy zu gucken oder so. Was man auch noch machen kann, zusätzlich zu Kamerabildern, das ist hier unten das, Bildschirmübertragung. Wenn wir da drauf gehen, dann fragt er uns jetzt hier, was wollen wir teilen, den gesamten Bildschirm oder nur eine Anwendung. Sagen wir mal, ich möchte hier dieses Terminal-Fenster teilen. Geht er drauf. Und jetzt sehen wir hier, jetzt wird der Bildschirm hier geteilt. Den sehe ich auch auf dem Handy. Das seht ihr jetzt nicht. Machen wir gerade Inception. So, da sieht man jetzt auch, dass das auf dem Handy angezeigt wird. Mein Terminal. Und so kann man dann natürlich hier anderen Leuten auch da was zeigen. Was meines Wissens nicht funktioniert, was viele andere Produkte haben, ist, gibt glaube ich keine Möglichkeit, jemand anderem da den Zugriff zu gewähren, so dass man einen anderen den PC steuern lassen kann. Aber in den meisten Fällen reicht es ja, es ist ausreichend, um eine Präsentation zu zeigen, irgendwas zu zeigen oder anderen halt zuzugucken und die anzuleiten. Das Ganze läuft dann, wie gesagt, auf der eigenen Infrastruktur, das heißt auf eurem Server mit euren Leitungen. Und zumindest solange das deutsche Internet noch nicht komplett zusammengebrochen ist. Wie schon gesagt, einige Anbieter, die dann rosa oder rot im Logo haben, die haben ja ein paar klitzekleine Probleme, ihre Netze ausreichend zu dimensionieren. Aber gut, ich glaube, da fange ich jetzt nicht drüber an zu reden, weil sonst werde ich diese Woche nicht mehr fertig. Das ist ein Thema für ein andermal. Gut, Videokonferenz läuft, Dateien teilen können wir. Das müsste ausreichen, um zumindest mal ein bisschen was an Zeit zu überbrücken im Homeoffice und trotzdem dabei ganz gut arbeitsfähig zu bleiben. Kann natürlich auch bei anderen Sachen eingesetzt werden. Gerade hier Bildschirmsharing, Kamera, der macht einen Online-Klassenraum, macht ein Online-Treffen von eurem Verein. Nein, denn momentan eventuell halt nicht direkt miteinander treffen und reden. Ja, keine Frage, die meisten Leute, die meine Videos gucken, die sind jetzt nicht in der Risikogruppe und werden das eventuell überleben, wenn sie sich irgendwie anstecken. Aber vielleicht muss man ja die alten Leute nicht komplett loswerden. Einige davon wollen wir ja vielleicht noch behalten. Gut, genug geschwaffelt. Ich denke, ihr könnt jetzt hier so ein System auch innerhalb von ein paar Minuten wahrscheinlich aufsetzen. Es ist nicht ganz so schwer, es ist nicht ganz so unsicher, selbst in der Default-Konfiguration. Halt, starkes Passwort wählen und solche Sachen. Aber ansonsten würde ich sagen, tut verdammt nochmal eure Hände waschen. Und gerade noch kleines PS, wenn ihr eine Schule seid, zur Daseinsvorsorge gehört oder auch Bekannte oder Verwandte habt, die zur Risikogruppe gehören und deswegen so etwas braucht, aber selber Probleme damit habt, macht euch einfach mal auf Social Media oder auch in den Kommentaren hier bemerkbar. Ich habe da schon so einige Leute gesehen, die sich angeboten haben, da zu helfen, wenn es darum geht, öffentliche Einrichtungen oder Leute mit erhöhtem Risiko zu unterstützen und so dann da etwas den Druck aus der Kurve zu nehmen. Hier wird zwar mit Sicherheit keiner Wunder bewirken können, Corona-Fallout ist quasi überall ein Thema, aber ich glaube, jeder tut da sein Bestes, um seinen Teil beizutragen.